die baufehler gesehen ane ok wir machen Ach, ich kippe, ich mach die durch die Tasche, die macht nicht mehr. Nur Eis. Vermeule. Hm? Ähm. Ich mach ein Kind. ok ok noch 2 3 3 3 1,2,3 2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3,3 ich schlau heute noch so bei ihm fehlt das dann eventuell rüberziehen auf anden was mir einfach angewandt hat schon die 2w marit Das muss auch eins da sein, muss auch zugehen, weil ihr seht, das ist falsch gebaut, das zeugt auch von Christ. Und so, die D-Stack, warum eigentlich, das ist so, so, dann können wir das machen. alle geht noch fix ja man muss jetzt bestuft gehen ja das mal schlubbern drunter bis andere wollte was wird recht aufgefallen hier kommen ja hier kommen nope weil der schweizer schweizer hat eine fräse gebaut ist alle vier Leute gefeiert worden ja manso weil die kritik oh ja eine große kritik oh ja geht mal nicht vielleicht schon direkt in zeit gesehen und man wird geschrieben kann dann auch nicht immer opfer leider leider an der holen schluchte netter als er verantwortung hier kommen und viel geschieht behalten ok hallo stimmt gut ich habe vieles gehört hat woher ich muss auf Wasser hier rauf lassen und du müsstest dann den dorten runter gehen und den gibst du dann so rüber so und und ob das jetzt Wasser und drei und dann 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 oh wohl wieder da ist doch Ich habe ein Heimist aufgemacht. Ah, ich sehe mal. Ich habe einen ... Du bist so gut. Ich habe einen ... Oh. 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 Ich glaube nicht. Oh. Hier brauche ich den da Gilchere. Wo ichセst. ach komm mann mal umholt und wirken euch schon fertig wirkenspannen spannende prünen mann Ich hab gesagt, wie viel cool er ist, weil ich den Mopun heute rauskomme. Okay, cool. Frost. Gut. Ah, nee, 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 nee. Lechter Boden. Okay. Frost. Okay. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. 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 Ich muss hier einen kleinen Split machen und so rüberziehen und durchrufen. Ich denke, ich will sie erst wieder behalten. Aber nicht so an der dritte Konsole. Moment, ich muss das nicht registrieren.